Die Schule hat gerade angerufen. Ja. Ja, was ist denn so letztens passiert? Ich habe auch keinen Bock auf die Sache. Hat dich irgendjemanden angelagert in der Schule wegen irgendwas falsch machen, gravierendes? Denkmalschaft drüber nach. Was, dass ich irgendwas gravierendes falsch mache? Die schmeißen dich von der Schule ins Bett. Was denn? Ja, denk mal drüber nach, das sehe ich jetzt nicht aus. Ich wüsste nicht, um was es geht. Ich wüsste echt nicht, um was es geht. Die wollen dich zum Screening schicken, weil du anscheinend mit irgendwelchen Kollegen in der Schule gekifst hast. No, God, please, no, no, no. Das ist in der Schule. Nee. Haben die jetzt gesagt? Ich habe gerade irgendein Ding angerufen, einen Kerl, und sagen mir, hab's da gekifst und das und unkonzentriert und... Nee, nee. Ich rauch in der Schule, ja, Zigaretten. Aber ich habe nie in der Schule gekifft oder sonstiges. Wir wollen dich jetzt screenen. Dass wir das anwarnen, dass die screenen. Lass du probieren. Ja. Scheiße. Ja, aber wer sollte denn das? Also, zu mir hat auch in der Schule niemand irgendwas gesagt. Scheiße. Ich hab echt kein Bock auf Probleme. Ich auch nicht. Was haben wir heute für ein Datum? Erster. Erster April? Erster April. Ja, hast du auch mal construir fürs Kinder. Wir versuchen nicht zu lernen. Wir haben keine Viert who chiessen die Хорошо. Ja. Ich helde dir eine correction. Ich steze an der Schule. Hahahaha. Hahahaha.